Hallo meine Freunde von German Minecraft TV. Hier sind wir wieder in der Let's Play-Welt und dann nehmen wir mal wieder bisschen was auf. Das letzte Mal haben wir den Keller ausgebaut. Und ja, dann machen wir dann mal hier weiter. So, da waren wir noch bei den Kisten. Denn, das heißt wir brauchen Holz, um Kisten zu machen. Und das heißt, wir müssen Bäume pflanzen. Was geht denn heute los hier? Wartet kurz. Okay. So. Dann. Ähm, brauchen wir mal. Zapplings, wovon ich auch gar nicht mehr so viele mehr habe. Dann ne Axt. Und am besten. Ein bisschen Bone Meal, was ich hier natürlich aber auch nicht habe. Äh, was hat aber noch das Text da? Hab ich noch nicht gesehen. Pfff. So. Haben wir denn hier schon welche? Äh. Ich meinte hier. Äh. Stein, Erde. Kies. Okay. Dann, ach ja, ich hab ja ein Marioskin noch. Stimmt. Ja. Ah, ja, ja. Da werdet ihr noch ein bisschen was zu sehen. So. Da machen wir mal. Da machen wir mal. Ja, ja, ja. Geordnetes Pflanzen. So, machen wir jetzt hier rein hin. Ja, da fehlt der Block. Ist klar. Äh. Hallo, da hin. So. Das passt so. Jetzt kann man hier ja mal eben. Zack. Zack. Fail. Egal. So. Äh, so wollte ich jetzt mal. So. 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 Und so. Dann wollen wir mal loslegen. So, jetzt mal den ersten Baum. Yo, was gibt's grad zu erzählen? Weiß ich auch nicht. Ihr habt sicherlich mein neues, äh, Logo gesehen für Minecraft. Das hat mir The Ways HD gemacht. Ein wirklich guter Mann. Der macht wirklich gute Sachen auch. Also müsst ihr unbedingt vorbeigucken. Ist auch in meiner, äh, Partnerbox. Müsst ihr einfach mal reingucken. Drauf gehen, abonnieren. Äh, weil er macht gute Sachen wirklich. Intros auch. Und, ja. Doch. Wirklich richtig gut. Und sonst, ja. Mein GameLowTV-Kanal ist jetzt ja auch, äh, ein bisschen aktiver geworden. Hab ich jetzt ja auch Alan Wake und Test Drive. Da wird dann bald auch noch ein bisschen was kommen. Und noch was zu tönen. Ist ein Projekt, worauf ich mich freue. Wo ich jedoch erstmal noch was abwarten werde. Und damit, ja, es keine Probleme geben wird. Aber das werdet ihr alles sehen. Was ich meine. So. Jetzt haben wir hier gleich schon die meisten Bäume wieder abgeerntet. Dann geben wir, glaube ich, heute mal auch noch ein bisschen, ähm, die Sachen da aus dem Keller rausholen, was da unten noch ist. Äh, aus dem Dungeon, da war ja noch ein bisschen was drin. Ich will nur ein bisschen, äh, erkunden gehen. Aber, äh, das ist ja alles sehen, was ich da vorhabe. So. Der Dungeon ist schon mal, ja, soweit gemacht. So. So. Gut. Äh, ja, gut. Da kann ich dann ja auch mal eben... Da kann ich dann ja auch mal eben... So. Kann man da jetzt drauf latschen? Ja, da kann drauf latschen. Ja, da kann drauf latschen. Aber das wird eh... Bald. Komm. Ne. Das werdet ihr dann ja auch... Sehen. So. Dann wollen wir das mal... Ah, nicht mehr. Ne, haben wir gar nicht mehr. Okay. Die Körse hier wegpacken. Das können wir auch wegpacken. Das können wir auch wegpacken. Dann brauchen wir das nochmal. Dann brauchen wir... Die können wir mal mitnehmen. Die können wir auch mitnehmen. Das können wir auch mitnehmen. Das auch. Und die auch. Also... Eigentlich ja die. So. Kommt das weg. Das Schwert. Die Axt brauchen wir nicht unbedingt. So. Dann muss ich mal hier hoch. Hier wäre nichts mehr drin, ne? Ach ja. Ich hab ja kein... Ne Kohle mehr. Doch da... Äh. Ich weiß auch nicht gerade, was mit mir los ist, aber... Ich brauche ja gerade gar keine Kohle. So. Dann machen wir mal erstmal... Drei Spitzhacken. Äh. Und nochmal... Drei Schäufel können. So. Und nochmal... Drei Schäufel können. Und nochmal... Drei Schäufel können. Gehen. So. Schwert. Und dann wollen wir mal... Darunter gehen Zuerst aber mal das Zumachen Und dann steigen wir mal hinab Holen noch den Rest hier raus Was noch so da unten Drin ist Dann werden wir auch noch Ich gleich noch Ein bisschen Ellen Wake aufnehmen GameLotTV oder so Aber da müssen wir mal gucken Hier lang, ne? So Gehen wir mal Hier lang Hier ist ja schon was rausgeholt worden Hier war ich glaube ich schon Erst mal gucken kurz Ach ja genau Ja gut Da war nichts Ich habe da keine neue Höhle gesehen Oder so Nein, ich gehe da wenn dann gleich erst rein Jetzt erstmal Auf dieser Seite gucken Was hier denn noch so ist Genau War hier nicht auch noch irgendwo? Ne So So Das ist das schon mal Keine Viecher Okay Solange hier Die ja fackeln sind Dürfte ja auch eigentlich nicht sein Aber man weiß ja nie So Hier sind wir glaube ich gleich am Ende Also wir gehen erstmal wieder Hier zurück Und gehen dann da vorne gleich Erst mal die Kohle aus der Wand haufen Hier ist noch kohle Hier holen wir uns erst mal direkt So Kann man ja erstmal hier unten ein bisschen sein So während es Nacht wird Und ja Ich habe mir da schon eine Idee Was wir jetzt nächstes bauen könnten So ist ja nicht Aber Gucken wir mal Wie das so 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 dann haben wir die Kohle Ich glaube das war es ja auch gleich schon Jo Gut dann haben wir in diese Richtung Schon mal alles erkundet Ah das noch Eisen Hätte ich ja beinahe übersehen Sicherlich haben schon irgendwelche Leute Unter das Video geschrieben Da war Eisen Du hast das Eisen übersehen Bevor sie das Video überhaupt zu Ende geguckt haben Und diese Leute sind immer die besten Ja Über solche Kommentare freue ich mich immer total So dann wollen wir mal hier rüber Gehen und ja ich gehe da jetzt Lang Gehen wir zuerst hier lang Ach ja genau Wir haben hier ja nicht irgendwie große Höhlen oder so Oh nein So dann wollen wir mal hier die ganze Viele Kohle rausholen Ist der Wand noch Da haben wir wieder viel viel Kohle zusammen Zack Und wir gehen dann in die Richtung Gleich weiter Äh Moment Ich habe eine Vermutung Ob es ist Ja ich muss Ich habe mich schon gewundert Warum ich hier nichts höre Und jetzt weiß ich So Die ganze Kohle Da haben wir jetzt so gut wie alles 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 Dann holen wir dann mal Das rein So mit das mal da raus So Da ist auch noch Eisen Ja der Rest der Höhlen Ja machen wir mal ein anderes Mal Aber jetzt Hat keine Lust Lieber den anderen Dungeon erkunden So Ich hoffe mal Es ist noch nicht wieder Nacht Also es ist wieder Tag Das werden wir jetzt gleich sehen So schneller Habe ich jetzt schon mal wieder Bisschen was gesammelt Oh ich bin total Müde ey Das ist schlimm Ist das Schlimm So Und Es ist Nacht Oh da waren wir mal Ent